Ich treffe überhaupt nichts mit dem Ding hier. Oh Mann. Und ich krieg dir auch irgendwie allen nicht tot hier. Komm her, jetzt haben wir einen. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich weiß, der Granat und der Claptur hängt an mir. Okay. Okay. So, wir haben eine neue Waffe bekommen. Okay, verbraucht zwei Munitionen per Schuss. Sehr effektiv gegen Fleisch. Aber die ist nicht gut. Damit sagt er, dass die nicht gut ist. Wir gucken trotzdem mal, die können trotzdem teilweise... Okay, wir probieren sie einfach mal aus. Achso, ich wollte gucken, ob da hinten vielleicht noch was liegt beim Dicken. La 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 la. Hallo? Jetzt haben wir den ziemlich mit dem Bug hier down gehauen. Jump around. Ach, das ist der Claptread. Ich dachte, da steht noch einer. Ja, dann los. Ich warte nur auf dich. Aha, Gedöns liegt hier schon mal überall rum. Gedöns ist gut. Lag da gerade was Weißes drin oder was Blaues? Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ne. Die haben alle mehr Schaden, die Dinger. Jetzt kommt's. Zack. Oh, yeah. Was? Was? Das wollte ich alles überhaupt nicht. Ach, scheiße. Egal. Wir sammeln den... Der Döns jetzt einmal auf. Oh, alles voll hier. Alles voll, 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 voll. Okay. Okay, jetzt gegen das andere Sturmgewehr. Ne, ist nicht so gut wie das da. Nö. Also, die ist hier jetzt... Jetzt haben wir hier ein gutes Sturmgewehr hier. Oh, das ist auch schon wieder so ein Explosionssturmgewehr. Och, Mando. Kannst du nicht mal ein normales haben? Ne. Viel zu lange. So. Hallo. Da hinten liegt noch was rum, Claptrad. Ich muss jetzt erst da. Ist das ein Spaß? So, und wir dürfen abgeben. Ding. Kapitel 4. Die Straße nach St. Terry. Tja. Okay. Ah, gut. Reisen. Los geht's. Okay. Du kannst neue Maske, fertige Objekte freischalten, indem du Herausforderungen abschließt. Okay. Wir sehen uns Sanctuary untertan. Du gehst voraus. Sag den Einheimischen, was wir für meine Heimkehrparty benötigen. Ich bleibe hier, bis wir alles beschaffen haben. Oh, wir sind in einem ganz neuen Land hier. Bleiben. Okay. Feiten. Da ist ein Auto. Aber los. Sanctuary ist gleich gesperrt. Ihr Blutschers könnt in eurem Loch bleiben. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Lauf dir hilfslich zurück in euer Camp. Oh, gute Idee. Ich glaube, wir reihen um und verziehen uns in unser X- Oh, oh, oh. Stürb. Du bist gewalttätig und gefährlich. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Kateride. Es war so, dass wir hier die... Wir mussten die mit der Hand töten, damit wir die noch bekommen. Ah, 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 ah. Okay, noch einmal und jetzt hier mit der Hand. Nein, nicht töten, nicht töten. Yeah. Ja, ja, natürlich. Ich habe zufällig gehört, dass Claptrap dir das Bullimon-Fell abschwatzen will. Da er damit nur irgendwas unfassbar dämliches anstellen würde, wie sich eine Rücke daraus zu basteln, möchte ich dir das Geschäft versüßen. Bring dir das Fell und du kriegst eine meiner besten Sniper-Rifles. Was will ich mit einer Sniper-Rifle? Ich bin kein Sniper-Rifle-Arsch. Okay, die holen wir jetzt hier. Zack. Nein. Okay, haben wir ihn erwischt, so, wie wir es gedacht haben. Okay, den haben wir nicht so erwischt. Was? Verdienst. Damit kannst du Upgrades auf dem Schwarzmarkt kaufen. Wie geil ist das denn? Eridium. Du hast ein Stück Eridium gefunden. Eridium ist einer der begehrtesten Rohstoffe auf Pandora, seit die Kammer geöffnet wurde. Du kannst es verwenden, um dir auf dem Schwarzmarkt Charakter-Upgrades zu kaufen. Verstehe. Tut mir leid. Wie gesagt, ein wenig krank. Okay, okay, okay. Die ganzen Dinger hier aufmachen. Man weiß nie, wann das hier Wichtiges drin steckt. Hallo. Ich könnte noch ein paar Yetis gebrauchen. Oh ja. Dieser Automat wird digital ein Fahrzeug für dich generieren. Probier es aus. Wow. Nicht autorisierter User auf meinem Kühlergrill. Versuchst du mein Catch-a-Ride zu hacken? Ja. Uncool, Bruder. Uncool. Wieso? Verflucht. Äh, sorry. Verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch-a-Ride-Automaten. Okay. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Oh, sehr geil. Das nehmen wir. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven HP. HP. Tut mir leid, ich muss die gerade unterbrechen, weil ich will mein neues Schilds haben. Oh yeah. Nice. So, verkaufen, 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 verkaufen. Gut. Freund, Markus Munition. Markus Munition. Hallo. Oh, nächstes Level. Überleben. Ach, guck mal, wir können auch hier rüber. Gesundheit, die maximale Gesundheit erhöhen. Erhöht die Schildkapazität. Außergrenze gehst du Gesundheit, wenn dein Schild voll aufgeladen ist. Wachpasten erhöht die Anzahl der Schüsse, die dein Geschütz mit jedem Feuerstoß abgibt. Erhöht ebenso die Lebensdauer deines Geschützes. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Oh, ist das geil. Cool. Habe ich gar nicht darauf geachtet, dass wir auch noch links und rechts können. Guck mal, hier, fress mein Geschütz hier. Das ist jetzt noch besser, aber ich habe es ein bisschen weit geschmissen. Ach, das war auch eine Granate. Boom. Der hat auch ein Geschütz. Guck mal hier. Ah, nee, das ist gar kein Geschütz. Der hat irgendwas anderes. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, verdammt. Okay, die haben jetzt alle mittlerweile schon ein bisschen mehr an Heal. Granate. Oh mein Gott. Jetzt sterbe ich. Gut. Verdammt, ey. Leck mich doch am Arsch. Aua. Ja, das war es dann wohl. Weil so weit kann ich bestimmt nicht schießen. Nein. Wo ist der Kerl? Zu spät. Wiii. Juii. Klopp. Das sind wir wieder. Die Hyperion Corporation geht davon aus, dass sie nichts dafür konnten. Ja, ich kann nichts dafür. Okay. Einmal so. Und einmal hier diesmal mitten rein. Dat, 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 dat. Wir haben die ganzen Quäste im anderen Land auch nicht fertig gemacht. Die müssen wir ja erst noch machen. Aber wir müssen erst einen Teleporter finden. Haben wir euch jetzt alle? Ich hoffe doch. Okay. Schließ den Adapter an das Catch-A-Ride an. Dann besorge ich dir ein Rates-Fahrzeug. Oh. Rates-Fahrzeug hört sich gut an. Oh, ne Waffenkiste. Waffenkiste. Gucken wir mal. Gucken wir auch mal. Gucken wir nicht. Nein. Okay. Die macht halt extrem viel. Wie schießt die? Äh, ist halt nicht so. Nein, ist nicht unser Ding. So, was haben wir denn noch so? Ne, wir müssen bei der bleiben. Die ist einfach hier. Die ist der Knüller. Wie kommt man denn später dahinter? Wenn man mal guckt hier. Vielleicht kommen wir direkt hier hoch. Und dann da raus. Aha. Schaut euch das mal an hier. Tja, sonst kam nichts raus. Müll. Gut. Und sonst ist hier auch nichts. Nicht wirklich. Gut. Jump. So geil, wie man hier auf dem Planeten rumjumpen kann. Hui. Hui. Ein Boot. Ein Fischersboot. Achso, die Tonne war das gerade. Slack-Behälter. Du, 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 du. Wer die Waffe hin und her schleudert. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Los. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Okay. Verregelung widerrufen. Warte kurz, ich hacke das Catch-a-Ride. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento Taco ein. Piment Taco im Handschuh fahrt. Okay. Fordere noch ein Fahrzeug an. Yeah. Fahrzeug zwei, Fahrzeug eins. Okay, wir haben entweder hier Raketen. Oder nochmal. Schussbeschuss. Oh, coole Farben. Wer nimmt das hier? Die ist Maragdgrün. So, und hier machen wir das hier. Und machen es Kaugummi. So, wir nehmen jetzt erstmal den hier. Okay. Okay. Okay.